So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück beim Fry Vlog. Das dürfte der fünfte oder sechste sein? Ich glaube der fünfte. Ich bin mir gar nicht sicher. Soll ich mal nachgucken? Das machen wir jetzt einfach mal live. Wir können auch mal ein bisschen hier so, ne, ein bisschen quatschen, wie wir es immer machen, zum Kanal sagen, ist ja out. Äh, warte mal. Es ist der fünfte, ich bin gar nicht mehr so dämlich. Ja, naja gut, letztes Mal hat man Samstag gefloggt, sozusagen, aber heute möchte ich das Freitag hinkriegen, deswegen nehme ich es jetzt auf. Wir haben hier Freitag, den 24.01. um 11.04.64, glaube ich. Ähm, ja, und ich nehme gerade, beziehungsweise nehme ich nicht gerade, aber ich nehme gleich noch ein bisschen GTA 5 auf, äh, Singleplayer. Ja, und, ja, da wollen wir mal gucken, was dabei so rumkommt. The Walking Dead muss ich heute auch noch eine Folge aufnehmen, damit die heute noch, äh, heute Abend noch kommt. Das kommt alles heute, heute noch, heute noch? Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, wir haben heute Abend noch eine Folge GTA 5, okay. Äh, nee, warte mal, die kommt ja am 27.01. Ach, GTA 5 bräuchte ich gar nicht aufnehmen, na, guck mal einer an. Äh, mach ich trotzdem. Äh, und The Walking Dead haben wir noch. Haben wir noch? Haben wir noch, hier, eine Folge heute Abend. Das heißt, ich nehme jetzt noch eine Folge GTA 5 auf und eine Folge The Walking Dead. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt, ne. Und das war es eigentlich auch schon wieder. Ich wollte heute gar nicht mehr so viel labern, weil, oh, ich labere noch nie viel. Es ist nicht viel passiert, aber, was ich mal da draußen zeigen kann, ähm, es hat ein bisschen geschneit. Ein, ganz, ganz klein wenig. Ähm, de facto ist hier eigentlich alles eingeschneit. Das ist total krass. Irgendwie in den letzten zwei Tagen sind hier fünf Zentimeter Neuschnee gekommen. und, naja, naja, naja. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war's für den heutigen Fry-Vlog. Heute mal nicht so lang. Äh, haut rein. Bis zum nächsten Mal und, äh, ciao.